3 5 1 We are working unterwegs mein Ulf erwischt gut nicht tot Oh, bei mir sind es zwei, ja, ich bin hier lang gelaufen, kommen wir zurück, der ist halb tot, er hat nichts mehr, chill broken. Ja, nice, hab ihn gegackt, aber er ist nicht tot. Danke. Heißkuss. Ich hab dir sogar Hits gegeben, den einen, ich weiß nicht, was es war, Octane oder so. Die sind nur weiter immer vorangegangen. Ernsthaft? Ist nicht hier ernst jetzt, ne? Oh, gibst du mir Bats oder was? Ja, die machen da ja einen Safe-Spot. Die machen da ja einen Safe-Spot. Die machen da ja einen Safe-Spot. Die sind so blind, ey, es ist doch... Ich hab noch Clips zu, ne? Das Ganze. Mein Gott, Alter, ihr seid doch... Ach, herrlich, was? Nicht den ihr ernst, Alter. Ach, herrlich, was? Ach, herrlich, was? Ach, herrlich, was? Alter, die verarschen mich doch. Oh, B-Watts ist so brainded. Holy shit. Aber nicht nur die Wats, ne? Unfassbar. Alter, die sind... Ich würde die an der Stelle erstmal in dem Spot bleiben, wenn die da weg sind, weil... Das ist nur in Zone, alles gut. Alter, jetzt hat die weh, oder? Nee, immer noch nicht. Die sehen das nicht, die denken, du bist so ein Kanister oder so. Fouku! Ja, du sand wirst in die anfangen, wenn sie gefeigt, also gefeigt werden, weiß ich. Die sind echt... Kannst du mir doch nicht erzählen. Digga, das ist ein Skipser, der sieht dich jetzt. Er hat dich gesehen. Ja, er sieht dich. Ist tot. Er macht nix. Guck. HÄÄH? Hat der mich wirklich nicht gesehen? der hat mir in die fresse gekocht aufgemacht doch irgendwas in der zeit weißt du wo er die dings durchgezogen hat wo soll es denn sowas geben oh er stellt sie ihn bei dir auf und das ist dann oh jetzt 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 wir müssen move'n direkt vor uns dahinter in der mauer ist der andere hier die wall spielen rechts von der wall ist ein typ gewesen mein headblatt ist erstmal kurz ausgegangen er ist low ok ganz tief dahinter ist low nicht gegangen sehr schön der hat eine brawler drin wenn du stehmen klar ja voll schief da ist nur einer noch oder ja ich schmeiß alle seine granaten was ich hab ja noch einen lock habe einen lock wir haben den hänklichen wollen links will einer wieder nein ich hab sie jetzt noch der letzte letzter letzter neiiiice geht doch auf ansage ja aber leider nicht ein brainkisch naja ja war ein schöner abschluss ne komm mal zumal fck oh ja der hau was was wot the hell komm gepusht ja ich taue ab ich mach die biege kurz ich hab kaum mini ich hab kaum mini ich habe kaum mini Schildern komm zurück Naja irgendwie Das halten, noch hat er auch nicht Ah du musst kommen Jetzt würde ich eher sagen Noch hat er noch Letzter bei den Frack 50 Go auf den Letzter Sofort Heilt sich Heilt sich Ab ihn gleich geht es 5% noch für die Ults Dann lass ich ihn nicht Hab einen Hier vorne Ult fern dich, Ult kommt Ult geht Ja Nice Was ist Bullshit Zwei Zwei Ich glaub der hat mich auch gesehen Aber ich kann was anderes machen Nimm die raus, hol die dir Ja Jetzt Nades Ich hab kein Nades Oh die Ticks Er wird das nicht lange überleben Geh da rein, geh da rein Nochmal fliegen Naja aber sehen wir jetzt Hau drauf Schön Nein loot 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 Du hast sie vertrieben, alles gut Du hast shop alles Wie lustig Geil Ich hab dich